Der Euro stürzt massiv ab und steht kurz vor dem Zusammenbruch. Das belastet natürlich unsere angeschlagene deutsche Wirtschaft noch viel, viel mehr und treibt natürlich die Inflation an. In diesem Video rede ich über die Gründe und die massiven Auswirkungen dieses Absturzes für uns alle. Los geht's. Wenn wir uns mal die deutsche Wirtschaft anschauen, dann sehen wir, dass wir aktuell vor riesigen Problemen in Deutschland als auch in der ganzen EU stehen. Wir haben eine Inflationsrate, die so hoch ist wie seit 50 Jahren nicht mehr. Und auch zum ersten Mal seit 30 Jahren haben wir in Deutschland ein Außenhandeldefizit. Also nichts mehr mit Exportweltmeister Deutschland, sondern wir haben jetzt sogar ein Defizit dieses Jahr. Und dazu kommt natürlich noch, dass alle Aktien genbach sind. Der DAX ist, glaube ich, 20 Prozent im Minus. Also unserer Wirtschaft geht es richtig, richtig dreckig. Und dabei hat die Gaskrise gerade erst begonnen, die ja ein Grund für viele dieser Probleme sind. Und jetzt kommt natürlich auch noch der Absturz des Euros hinzu. Im Vergleich zum Dollar kennt er aktuell nur eine Richtung, geht immer weiter in Süden. Und wir haben jetzt aktuell den tiefsten Standzeit, ich glaube irgendwie fast seit Einführung oder kurzer Zeit nach der Einführung. Wir sind aktuell fast sogar bei Parität, dass ein Euro ein Dollar wert ist. Und damit sehen wir, wie weit er jetzt schon abgestürzt ist. Wenn wir mal vergleichen, in April 2008 nehmen, da war das da Höchstwert. Da war ein Euro ein Dollar 60 wert. Also 60 Prozent mehr als das, was wir jetzt haben. Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur für den Euro, das gilt auch für viele andere Währungen. Der Yen hat genau das gleiche Problem. Der hat auch massiv verloren gegenüber dem Dollar. Und ich selber sehe es ja auch an meinen persönlichen Ausgaben. Ich lebe ja in Costa Rica. Wir haben jetzt zwar den costarikanischen Kolon als Zahlungsmittel. Aber viele Sachen, viele teure Sachen, die werden hier immer in Dollar gezahlt. Und demzufolge auch meine Miete. Und als ich jetzt zum Beispiel in das Haus, wo ich eingezogen bin, als wir einen Vertrag aufgesetzt haben, stand im Mietvertrag 2.500 Dollar Kaltmiete pro Monat. Und das waren damals umgerechnet ungefähr 2.198 Euro. Also ungefähr 2.200 Euro. Mittlerweile ist der Kurs auf 1,018 runtergerutscht. Und mittlerweile muss ich umgerechnet schon 2.455 Euro an Miete bezahlen. Also 257 Euro mehr Kaltmiete innerhalb der letzten sechs Monate. Also das ist ein Anstieg von 11,5 Prozent. Und da merke ich jetzt extrem krass, wie der Euro immer weiter zerfällt. Weil ich verdiene mein Geld ja in Euro. Habe meine Ausgaben im Dollar. Und das ist natürlich das schlechteste Szenario, was mir hier überhaupt passieren kann. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich bin jetzt niemand, der deswegen am Hungertuch naht. Aber diese Auswirkung, ja dieser Zerfall des Euros, der hat natürlich massive Auswirkungen auf Europa und natürlich auch Auswirkungen auf die Inflation. Also für die USA, da wird der Import von europäischen Waren natürlich günstiger. Mit ihrem Dollar können sie für immer mehr Euro bezahlen. Und wenn die Preise europäischer Waren gleich bleiben, heißt das, sie müssen immer weniger Dollar für die gleichen Sachen zahlen. Also europäische Güter, die die einführen, werden natürlich für die billiger. Und andersrum für uns, wenn wir Güter aus den USA einführen oder nicht nur aus den USA, wenn wir Güter einführen, die in Dollar gehandelt werden, wie zum Beispiel das Öl, dann wird das für uns natürlich immer teurer, weil wir mit den Euro, die wir haben, uns immer weniger Dollar leisten können und demzufolge auch immer weniger Öl. Also wir merken das massiv an unseren Rohstoffen, die ja existenziell für unsere deutsche Wirtschaft sind. Das heißt, die Energie wird immer teurer, nicht nur durch die normale Inflation, die wir jetzt schon haben und durch den ganzen Krieg und so weiter, sondern allein auch durch diesen Währungsverfall. Und das ist schon ziemlich krass. Und das gilt jetzt nicht nur für Euro, das gilt auch für andere Währungen, zum Beispiel auch für den Rubel. Man hat ja gehofft mit den ganzen Sanktionen auf den Rubel auf Russland. Da geht er zum Abstürzen und der ist auch erstmal abgeschmiert, aber seitdem ist er stark nach oben gegangen und hat den stärksten Wert seit vielen, vielen Jahren. Also das ist halt extrem krass. Und im Wall Street Online Journal, da haben sie es sehr gut zusammengefasst. Sie haben damals geschrieben, Inflation, der neue Währungskrieg, Euro, Dollar, Yen. Sie haben geschrieben, in Zeiten der Deflation gab es einen Abwertungswettkampf der Währungen. In Zeiten der Inflation gibt es dagegen einen Aufwertungswettkampf zwischen Dollar, Euro und Yen. Wer stärker aufwertet, hat weniger Inflation. Und das trifft es so ziemlich genau auf den Punkt, was die Auswirkungen sind. Und natürlich wäre das auf der anderen Seite jetzt ja gut für unseren Export, wenn wir quasi unsere guten Waren billiger ins Ausland verkaufen könnten und die mehr abgenommen wären. Aber erstens produzieren wir aktuell viel weniger, noch aufgrund von der ganzen Corona-Krise, von den Lieferengpässen und so weiter und so fort. Unser Export ist ja auch eingesucken, unsere Produktion ist auch eingesucken. Und demzufolge können wir davon gar nicht profitieren. Das heißt, wir haben aktuell eigentlich hauptsächlich nur die Nachteile, aber können nicht die Vorteile des Ganzen genießen. Und deswegen möchte ich auf diesen Punkt so stark rumreiten, weil je schwächer der Euro wird, desto teurer werden einfach unsere Energieimporte. Und die Energieimporte, die wir jetzt ja schon haben, die sind jetzt ja schon mit einer der Haupttreiber für unsere hohe Inflation und vor allem auch für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise. In dieser Grafik siehst du mal, die Inflation der gewerblichen Erzeugerpreise lag vor einem Jahr, also 2021, bei ungefähr 8,5 Prozent. Und jetzt liegen wir schon bei 33,6 Prozent, also bei dem fast sechsfachen. Und wie du ja weißt, wird diese Inflation der gewerblichen Erzeugerpreise, ja, der Pulitzer Prices, die wird ja zeitversetzt mit drei Monaten immer weiter in die Konsumentenpreise auch weitergegeben. Und du kannst hier gerade sehen, zwischen Januar, Februar gab es nochmal einen starken Anstieg zu März, zu April. Also werden wir demnächst auch nochmal einen starken Anstieg bei uns in den Konsumentenpreisen sehen. Ja, und hier in dieser Grafik kannst du auch nochmal sehen, was so die stärksten Treiber des Ganzen sind. Und natürlich Erdöl und Erdgas sind die krassesten Treiber mit über 300 Prozent, aber auch Gase, Gasversorgung, elektrischer Strom, Holz, Flechtwagen, Roheisen, Stahl liegt auch alles jenseits der 150 Prozent. Und das ist natürlich massiv, was diese Rohstoffe jetzt für die Fabriken, für die Unternehmen bedeuten. Ein Teil davon können sie natürlich abfedern, aber der ganze Rest geht natürlich immer weiter direkt in unseren Geldbeutel und damit wird alles viel, viel teurer. Ich gehe also stark davon aus, dass wir jetzt demnächst, vielleicht im Juli, vielleicht auch im August, die 10 Prozent Inflationsrate auf den Konsumentenpreisen knacken werden. Und das wäre ja in Europa auch keine Seltenheit. Ich blende dir hier mal die Grafik an, da sehen wir Spanien ist ja schon über 10 Prozent, Großbritannien hat es fast geschafft. Ja, in den östlichen Ländern, da sind wir noch mehr, im Baltikum sind wir sogar schon bei über 20 Prozent. Da sind wir ja mit unseren jetzigen 7,6 fast sogar noch bescheiden und gut. Klar, die Schweiz liegt bei 3 Prozent, aber die haben ja auch ihre eigene Währung, die nicht an den Euro gekoppelt ist. Aber ich prognostiziere, dass wir demnächst auch über die 10 Prozent kommen und dann nochmal alles viel massiver weiter ansteigen wird und viel teurer wird. Und wenn dann noch der ganze Kram mit der Gaskrise hinzukommt, dass das rationiert wird, dass das teurer wird, dass dort vielleicht die sechs- oder siebenfachen Gaspreise auf die Konsumenten umgelegt wird, na dann ist echt fast gute Nacht. Und dann bin ich gespannt, wie die Politiker uns da wieder raus manövrieren wollen. Jetzt kann man natürlich an dieser Stelle überlegen, okay, was sind denn die Gründe dafür? Weil wenn wir die Gründe kennen, dann könnte man natürlich ein bisschen dagegen angehen. Aber das Dilemma, was wir in der Politik haben, ist, dass die Politik einfach nicht anerkennen will, was die wahren Gründe sind, weil sie sich ja dann für ihre Fehlpolitik verantworten müssen, sondern dass sie immer irgendwelche anderen Gründe erfinden. Jetzt sagen sie zum Beispiel auch, die Gründe für die Inflation, ja, das liegt halt an Corona, das liegt an den Lieferketten. Und das ist natürlich vollkommener Quatsch. Der Grund für die Inflation liegt einfach in der Schuldenpolitik, wie du hier mal in folgender Grafik sehr gut sehen kannst. Hier in dieser Grafik habe ich dir jetzt mal gegenübergestellt, ja, die Entwicklung der Häuserpreise in Deutschland und der Zinsen der EZB. Und du kannst hier sehen, ja, die Zinsen der EZB ungefähr 2007, 2008 waren die auf dem Höchststand und seitdem sind die massiv nach unten gefallen, nach unten abgerauscht. Und dann kannst du in der Häuserpreisgrafik sehen, da so ab 2008, 2009, 2010, das ist der Zeitpunkt, wo die Häuserpreise massiv nach oben gegangen sind. Vorher war es so eine kleine Seitwärtsbewegung, aber als natürlich die EZB die Zinsen gesenkt hat, weil sie angefangen hat, viele Schulden zu machen, weil sie den Euro retten wollte, weil sie Griechenland retten wollte und so weiter und so fort. Da ist natürlich die Häuserpreise extrem nach oben gegangen. Wir hatten also dort eine hohe Inflation in den Häuserpreisen. Also die Inflation, die haben wir nicht erst seit jetzt, seit Corona, sondern die haben wir schon seit 2008, 2009, 2010 und damals war sie halt erstmal nur in den Esselklassen. Ja, sie war bei den Häuserpreisen, sie war in den ganzen Aktienmarkt, der seitdem auch extrem nach oben gegangen ist. Also in den normalen Konsumentenpreisen, da war das noch nicht sichtbar. Aber wir hatten die Inflation schon, sie war einfach nur versteckt. Und jetzt kam natürlich 2020 Corona hinzu, wo wir dann auch angefangen haben, ein Angebotsproblem zu bekommen, weil unsere ganzen Lieferketten kaputt gegangen sind, weil wir überall Lockdowns hatten und so weiter. Und da sind natürlich dann die Erzeugerpreise nach oben gegangen und kurze Zeit später, drei, vier Jahre später, sind da natürlich auch die ganzen Konsumentenpreise nach oben gegangen. Also da kann man schon sehen, dass es gewisse Koalitionen hat, aber solange man einfach von der Politik nicht anerkennt, dass wir die Inflation schon viel, viel länger haben, und zwar seit Beginn der Schuldenpolitik, solange man das nicht anerkennt, kann man natürlich auch nicht gegen diese Ursachen, diese Gründe vorgehen. Und solange wird man dort auch keine Änderungen in dem ganzen Thema haben. Ja, und der nächste große Grund, der das Thema halt angetrieben hat, also nicht unbedingt die Inflation, sondern jetzt auch den Zerfall des Euros, weil klar, die Inflation ist halt ein Grund dafür, dass es nach oben ging. Aber das zweite ist natürlich auch der Krieg, den wir jetzt in Europa haben, also die Angst vor der kommenden Einkommenskrise. Eine Nachricht hat es sehr gut zitiert, die haben gesagt, die Abhängigkeit Europas vom russischen Öl- und Gaslieferung ist ein kaum kalkulierbarer Risikofaktor für den Kontinent. Und deswegen haben wir natürlich extreme Unsicherheit an den Börsen, extreme Unsicherheit bei den Investoren. Ja, die wissen nicht, wie es in Europa, wie es in Deutschland weitergeht. Und deswegen ziehen die natürlich massiv ihr Geld ab und gehen natürlich dann in andere Länder, die viel stabiler sind. Und uns in Europa wird ja immer gesagt, ja, es gibt keine Alternative zu diesem ganzen Krieg und zu den Sanktionen, die wir jetzt haben und den ganzen Folgen, auch mit dem Gasproblem, die wir haben. Und die ganze Welt steht ja hinter der Ukraine und hinter unserer Verteidigung der Werten. Aber das ist gar nicht so. Das versuchen die deutschen Medien uns immer weiß zu machen, aber das ist nicht so. Weder die ganze Welt steht hinter diesen Sanktionen, noch ganz Europa steht hinter den ganzen Sanktionen. Ja, ich zeige dir mal hier die Grafik von der Weltkarte. Blau sind die Länder, die die Sanktionen gegen Russland unterstützen. Und Gelb, alle anderen Länder, also die Mehrheit auf dieser Welt, unterstützen diese Sanktionen nämlich nicht. Also wenn wir mal sagen, die ganze Welt steht geeint hinter der Ukraine, dann stimmt das einfach nicht. Der Großteil der Welt steht nicht hinter diesen Sanktionen und beschäftigt sich damit nicht, beteiligt sich daran nicht. Und hat natürlich deswegen auch keine wirtschaftlichen Probleme des Ganzen. Und das Ganze wird dann auch im Rest der Welt völlig anders kommuniziert. Ich selber lebe ja Costa Rica und ich lese auch hier die Nachrichten, Scheunachrichten. Und hier herrscht ein völlig anderes Bild als das, was wir in Europa haben. Natürlich könnte man sagen, ja, Costa Rica ist jetzt weiter weg. Das betrifft sie nicht. Aber das ist ja immer so, dass diese Medien bezüglich der ganzen Kriege, die in der Welt angezettelt werden, das war ja im Nahen Osten auch so, das war in Syrien auch so, da denken die meisten Länder der Welt einfach völlig anders darüber. Und das kommt natürlich bei uns in Deutschland und Europa nicht an, weil wir so eine kleine Nachrichtenblase halt haben. Die versucht natürlich immer nur eine einschlägige, einseitige Meinung zu zeigen, sodass natürlich die ganzen Nationen dahinterstehen und das Ganze befürworten. Es ist ja nicht nur so, als wenn Russland alleine darstellt. Als die G7-Sieg getroffen haben, da haben sich ja auch die BRICS-Staaten getroffen. Also Russland, Indien, China, Brasilien und Südafrika. Und die bilden jetzt quasi ein Gegenpol zur NATO und zu den westlichen Ländern. Und die machen ihre eigene Politik. Das heißt, die belegen Russland nicht nur nicht mit Sanktionen, sondern sie arbeiten jetzt sogar stärker mit denen zusammen. Weil die ganzen Sanktionen, die wir Russland aufgelegt haben, die ja auch jetzt teilweise Grund für unseren kollabierenden Euro sind, die sorgen natürlich dafür, dass Russland teilweise weniger Abnehmer im Westen hat für seine Rohstoffe. Aber die gehen dann einfach zum großen Teil in die anderen Länder. Und da wird jetzt einfach ein neuer Machtblock aufgebaut, der gegen den Westen agiert. Also wenn wir jetzt denken, ja, wir müssen jetzt in der Ukraine nur Russland schlagen und dann wird alles gut und Russland verliert mit jedem Tag mehr an Macht und an Wirtschaft und so weiter. Und man muss das bloß lange genug durchhalten. Das glaube ich einfach nicht. Bei Russland sucht sich natürlich neue Verbündete, hat die auch und wird natürlich damit extrem stark, kann damit die Sanktionen extrem umgehen. Und im Endeffekt gleiten wir einfach mehr darunter, als Russland in der Tat es tut. Und der zweite Grund neben diesen ganzen Energieproblemen, neben dem Krieg, den wir jetzt in Europa haben, ist natürlich auch der Zinsanstieg, den wir in den USA haben. In den USA haben wir ja auch hohe Inflation, aber die FED hat natürlich die Zinsen angehoben. Die EZB hat das auch nicht getan. Es gibt also jetzt in den USA schon wieder Zinsen im Vergleich zu Europa. Und das stärkt natürlich den Dollar. Weil wenn du plötzlich auf Dollar wieder Zinsen bekommst, wenn du dein Kapital anlegst, dann wandert natürlich auch sehr viel Geld dort rüber. Und jetzt mag die Zinsdifferenz noch nicht so groß sein zu der EZB, weil wir waren ja auch lange im Null- und im Minusumfeld. Aber das zeigt einfach, dass die FED und die USA bereit sind, was zu machen. Ob das zum Ziel führt, ist auch eine andere Geschichte. Aber die sind bereit, die Inflation zu bekämpfen. Und die EZB macht das einfach nicht. Die EZB sitzt ja in der Zwickmühle, die kann ja gar nichts machen. Wirkt extrem schwach, keiner vertraut der mehr. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass der Euro den Bach runtergeht. Weil wenn die obersten Währungshüter des Euros, die EZB, nicht dafür sorgen kann, dass der stabil bleibt, dann sorgt das natürlich auch dafür, dass der weiter gen Süden wandert. Ja, und ich bin jetzt die Meinung, wenn man sich die beiden Gründe anschaut, sowohl das ganze Thema Russland-Ukraine-Krise und die ganzen Gas- und Rohstoffproduktionsprobleme, die wir in Europa haben, als auch jetzt die Zinsdifferenz zu den USA, diese beiden Themen, die werden sich einfach im Laufe der Zeit noch viel mehr verstärken. Und damit wird der Euro noch viel weiter sinken. Selbst die Deutsche Bank, die haben gesagt, die sehen den Dollar-Euro-Kurs bei ungefähr 0,95 bis 0,97. Also das wird noch viel, viel weiter runtergehen. Und eine Trittwende wird es bei dem Ganzen erst geben, wenn eine der beiden Sachen eintritt. Also entweder, wenn die FED nicht weiter die Zinsen erhöht, wenn sie vielleicht sogar eine Rolle rückwärts machen. Und das kann sogar durchaus passieren, weil im Herbst sind ja wieder Wahlkämpfe oder Vorwahl in den USA. Und wenn dann die Zinsen weiter so hoch gehen, das wirkt natürlich auch die Wirtschaft ab und sorgt für Arbeitslosigkeit, dann kann es natürlich einen großen Aufschrei geben. Und in der Wahlperiode will niemand irgendwie Massenarbeitslosigkeit oder eine schwächelnde Wirtschaft haben. Kann das sein, dass zu dem Zeitpunkt dort mit den Zinsen wieder stillgestanden wird oder vielleicht sogar die FED eine Rolle rückwärts macht? Das hat sie ja vor ein paar Jahren auch gemacht, wo sie die Zinsen erhöht hat. Dann hat sie aber gesehen, das geht nicht weiter und ist wieder runtergegangen. Also es kann sehr gut sein, dass das im Herbst passiert, dass wir dort eine Trendwende sehen. Oder wenn wir es irgendwie schaffen, mit welchen Begründungen oder welchen Optionen auch, den Russland-Ukraine-Krieg zu beenden. Wenn wir den Krieg beenden, den militärischen Krieg, den wirtschaftlichen Krieg, die Sanktionen beenden und wenn wir uns für einen Handlungstisch setzen und damit auch viele von den Rohstoff- und Gasproblemen wieder lösen, dann kann es natürlich auch sein, dass wieder mehr Sicherheit in Europa einkehrt und damit natürlich auch der Euro wieder stabiler wird. Ja, bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Und bis dahin bin ich der Meinung, dass weiterhin alles teurer werden wird, dass die Inflation weiter ansteigen wird, dass der Euro sich weiter verschlechtern kann. Und die EZB kann auch nichts dagegen tun, obwohl es ja ihre Aufgabe ist, für Preisstabilität zu sorgen. Aber wenn du jetzt wissen willst, warum die EZB nichts dagegen tun kann, dann schau dir mal folgendes Video an, was ich dir hier verlinke. Weil dort erkläre ich nämlich ganz genau, warum die EZB in der aktuellen Zeit komplett machtlos ist und warum eigentlich das Zerbrechen des Euros auf jeden Fall kommen wird, ob jetzt aufgrund des eines Grundes oder wegen eines anderen Grundes. Schau dir das Video auf jeden Fall mal an.